Es ist Tag 1 nach der Europawahl und wir von Volt, wir haben gut gefeiert, das muss man offen sagen, denn wir haben es geschafft. Wir haben mit Dabi an Böselager unseren Spitzenkandidaten und Gründer aus Deutschland mit ins EU-Parlament gebracht, dank eurer Stimme. Deswegen zunächst ein riesenfettes Danke, Danke an euch alle da draußen. Ihr habt es echt, echt gerockt, dass wir es geschafft haben, unser großes Ziel zu erreichen und das Ganze bei einer richtig, ich finde, guten, guten Wahlbeteiligung in Deutschland und ja, wir haben viel erlebt, warum wurde so gewählt, wie gewählt wurde. Die Gazetten sind ja heute voll davon und wir haben gesehen, es ist eine Zukunftswahl, es ist eine Klimawahl, es wurde massig mobilisiert, natürlich auch gerade durch Fridays for Future, durch die YouTube-Szene, gerade Rezo und seine Videos, die haben dafür gesorgt, dass sich viele Menschen doch nochmal damit beschäftigt haben und das ist in meiner Meinung erstmal richtig positiv. Und ich gönne übrigens auch den anderen Parteien wie den Grünen ihren zugewinnen, das sage ich offen heraus, denn ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und die Grünen haben halt einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung in manchen Dingen, das kann man mal neidlos anerkennen. Es geht heute einfach mal ganz kurz um, wie das nach der Wahl so gelaufen ist und ich muss ja sagen, CDU und SPD haben zu erwartende Verluste bekommen, aber wie sie heute gerade weitermachen, die Junge Union und die Union, Beef auf Twitter, die sind schuld, mi, mi, mi. AKK fängt jetzt auch noch an, wieder mit Zensurregeln im Internet anzufangen. Ey, sorry, ihr habt echt nicht verstanden, was bei dieser Wahl schon Thema vorher war, oder? Wie geht es nun weiter? Wir haben gesehen, die Menschen sind bereit, Parteien wie Volt zu wählen. In den Städten haben wir schon fantastisch geile Ergebnisse gehabt, meine Heimatstadt Aachen, drei Prozent fast. Es gab dort Stadtbezirke, die hatten fast zwölf Prozent. Das ist richtig geil. Auch Wachenheim und der Weinstraße, sechs Prozent. Da haben wir einen Vertreter im Stadtrat sitzen. Wir haben in Mainz einen Vertreter im Stadtrat sitzen, weil wir dort auch fast zwei Prozent geholt haben. Und auch gerade in den Städten, wo wir aktiv sind, haben wir richtig gute erste Ergebnisse eingefahren. In Köln, in Düsseldorf, in München über zwei Prozent sogar. Das sind schon erste motivierende Ergebnisse. Und da kann man einfach auch mal sagen, das war für den Anfang in so kurzer Zeit okay. Das war richtig gut zu weinen. Und wir haben auch gesehen, dass wir selbst in den Städten, in Jena, in Chemnitz, in Leipzig und in Dresden punkten konnten, obwohl da noch nicht so viel möglich war. Da möchten wir dran anknüpfen, da möchten wir dran aufbauen. Denn eins ist Fakt. Volt wird weiter wachsen. Wir erleben das seit dem Wahlsonntag gestern schon. Was an neuen Mitgliedern gerade reinkommt und Anträge, das ist unfassbar geil, Leute. Und ihr seid der Hammer. Und das macht richtig, richtig Bock. Also ich glaube, unsere Jungs und Mädels von unserem Onboarding-Team machen gerade Sonderschichten, weil wir so viele unbearbeitete Aufträge haben. Und daran sieht man, wo Politik hingehen kann. Die etablierten Parteien, wie man so schön sagt, die haben verloren. Selbst eine AfD hat zur Bundestagswahl Stimmen verloren. Und so hart mich dieser Rechtsruck in Italien und Frankreich zum Beispiel nervt und ankotzt, so muss ich doch sagen, freut es mich, dass in Deutschland über 60% den Hintern hochbekommen haben. Arsch, Huzeng, 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 Huzeng. Das war richtig, richtig großes Kino. Und macht auch bei den nächsten Wahlen weiter. So interessiert euch ein bisschen mehr Politik zum Beispiel über diesen Kanal. Ob man den gut findet oder nicht. Aber vielleicht wollt ihr hier mal ein bisschen diskutieren und uns mitteilen. Was erwartet ihr jetzt von Volt im Europaparlament? Damian ist drin. Wir selber von Volt werden ihn sicherlich kritisch auf die Finger schauen. Und die spannende Frage, die uns hier auch begleitet. Welcher Fraktion schließen wir uns denn jetzt eigentlich an? Das war ein Riesenthema jetzt schon vor der Wahl. Es wird jetzt intensiv bei Volt diskutiert. Das könnt ihr euch versichert sein. Denn eins ist klar. Volt hat ein gesamteuropäisches Programm. Es hat einen gesamteuropäischen Ansatz. Und es gibt nun verschiedene Hintergründe und Argumente, welcher Fraktion man sich anschließt. Oder ob man fraktionslos bleibt. Ich möchte aber noch einen ganz besonderen Punkt ansprechen. Denn aktuell ist es noch so, dass das Europaparlament eine Mehrheit von den Sozialdemokraten und der EVP hat. Also im Grunde eine GroKo. Das wird sich ändern. Wir werden neue Mehrheitsverhältnisse haben. Es gibt keine eindeutige Mehrheit mehr. Und es ist also auch wichtig, sich damit zu beschäftigen, wo kann man sein Ziel im Programm umsetzen. Haben wir zum Beispiel mit Fraktionen Grünen oder Alde oder Sozialdemokraten die meiste Beeinstimmungen, ist das ein Faktor. Der zweite Faktor ist aber, wie können wir das panneuropäische und gesamteuropäische in diesem Kontext umsetzen. Mit dem dritten Faktor, wo haben wir vielleicht auch die Möglichkeiten mitzugestalten? Wo können wir mitagieren? Das ist eine unglaublich spannende Diskussion. Ihr seid eingeladen. Kommt zu Volt. Guckt euch das an. Macht mit bei dieser Diskussion, weil es ist echt nicht einfach. Denn hier prallen verschiedene Meinungen aufeinander mit dem gemeinsamen Ziel eines föderaleren Europas, mit einem sozialeren Europa, mit einem neutraleren, klimabesseren Europa. Und hey, Leute, diskutiert mit uns diese Fragen. Das ist das Geilste, was ihr machen könntet. Wir hören euch zu. Im Gegensatz zu Paul Ziemiak, der heute von der CDU sagte, wir haben es einfach nicht geschafft, unser Programm in die Gesellschaft zu bringen. Sorry, Leute. Für Volt seid ihr das Programm. Und deswegen rufe ich euch hier nochmal auf, kommentiert dieses Video, kommentiert unsere Volt Deutschland Videos. Meldet euch an auf unserer Webseite www.voltdeutschland.org. Mitmachen. Kommt zu unseren Stammtischen und diskutiert mit uns genau diese Themen, weil wir haben auch nicht auf jede Frage eine Antwort, aber wir wollen sie gemeinsam mit euch finden. Jetzt bist du dran, denn gestern war Europawahl und das ist der Startschuss von Volt. Roosevelt Plutzer Bravo Also ist der Startschuss von Robust. Wir wollen uns auf die Seite annehmen und es googelt quasi. Wir wollen uns auf die Seite ein bisschen irgendwelchen Besonderes PDF reinhousing. Wir wollen uns auf die Seite ein bisschen mehr Wash.